Seht ihr diesen wunderschönen Aluminium Block? Es hört auf den Namen Dell XPS 15 9560 oder auch bald auf den Namen 9570. Kann dieses Gerät vielleicht ein MacBook Pro Killer sein, der zudem noch um einiges günstiger ist? Das und noch vieles mehr erfährt ihr nach dem Intro. Willkommen beim Technik Salon. Wie ihr aus dem Titel rausgelesen habt, geht es um die Dell Notebooks der XPS Serie. Denn vielleicht seid ihr gerade auf der Suche nach einem neuen leistungsstarken Premium Laptop und natürlich habt ihr euch vielleicht auch schon überlegt ein MacBook Pro zu holen. Aber der Preis wirkt einfach nur abartig für euch. Oder stört euch vielleicht das Betriebssystem Mark OS und sucht genau aus diesen Gründen eine Windows Alternative. Dann seid ihr hier genau richtig. Da ich dem Notebook Dell XPS 15 einen regelrechten Belastung und Langzeittest unterzogen habe und das Notebook für mein Studium und meine Arbeit im Einsatz war, denke ich, dass ich euch wirklich alles Wissenswertes als auch die positiven und negativen Facetten des Notebooks zeigen kann. Dem Notebook wird ja nachgesagt, dass es der eigentliche Windows Konkurrent von MacBook Pro ist. Und ich muss sagen, dass sie vom Design sogar ziemlich ähnlich sind. Jedoch ist nur der äußere Bereich aus Aluminium, wogegen das MacBook Pro im Gesamten aus Aluminium besteht. Außerdem muss man sagen, dass es von der Verarbeitung nicht ganz an ein MacBook Pro reicht. Auch die Größen wie Dicke und Breite des Dell XPS kommen nicht ganz an die Konkurrenz an. Trotzdem muss ich sagen, dass es eines der schönsten und schlanksten Windows Notebooks ist. Das Notebook misst eine Breite von 357 Millimeter und eine Höhe von 17 Millimeter und passt ein Windows Touchpad, welches sehr sensibel und präzise funktioniert. Meistens hatten die MacBook Pros bis jetzt die besten Touchpads von allen Notebooks. Dagegen schmierten Windows Notebooks bis jetzt immer ab. Doch das Dell Notebook macht in dieser Disziplin wirklich Konkurrenz. Von den Anschlüssen her haben wir hier einen HDMI Anschluss, zwei USB 3.0 Anschlüsse und einen Thunderbolt 3 Eingang und einen SD Kartenleser. Sprich wir haben hier auf jeden Fall ausreichend bzw. mehr Anschlüsse als wie bei den MacBook Pro Modellen. Was noch ganz anders ist als bei anderen Notebooks ist hier die HD Webcam. Denn sie ist links unten platziert, da wegen den schmalen Rändern kein Platz mehr ist. Deshalb sind die Aufnahmen teils schlecht positioniert und wirken auch nicht ganz scharf. Auf der Unterseite des Notebooks haben wir noch eine kleine Abdeckplatte, unter der sich alle relevanten Daten des Notebooks befinden. Zusätzlich haben wir hier zwei länglich angeordnete Gummistreifen, die das Notebook rutschfest machen. Auf der unteren Kante sind die Lautsprecher verbaut. Leider muss ich hier sagen, dass die Lautsprecher nicht ganz so gut sind. Zum einen sind sie leise und nicht kraftvoll genug. Auf der rechten Seite haben wir einen kleinen Knopf. Wenn wir auf den draufdrücken wird uns der Akkustand anhand 5 Dioden gezeigt. Wenn man das Notebook irgendwo in der Tasche hat oder ausgeschaltet im eingeklappten Zustand hat, kann man so schnell nachvollziehen ob man noch Saft hat oder nicht. Dies kann manchmal viel Ärger im Vollfeld ersparen. Im Allgemeinen ist zu sagen, dass einige Ultrabooks sogar noch dünner und leichter sind. Jedoch haben die meisten von denen dann nicht die entsprechende Leistung. Wo wir auch schon zu den technischen Daten kommen. Denn die meisten ultradünnen Notebooks haben meist nur eine Nvidia Grafikkarte verbaut. Vor allem wenn man sich ein kleineres Modell wie einen 13 oder 14 Zoller zulegen will. Leider muss ich sagen, dass ich mich mit einer Nvidia nicht zufrieden geben konnte. Da ich neben den normalen Office Programmen außerdem noch rechenaufwändige Schnittprogramme und Bildbearbeitungsprogramme benutze. Denn in meinem Modell, nämlich dem XPS 159560 aus der 2017er Reihe, haben wir eine GeForce GTX 1050 mit einem separaten Arbeitsspeicher von 4 GB verbaut. Natürlich kann man diese GTX nicht mit den großen GTX 1050 Grafikkarten vergleichen, die meist hergenommen werden um seinen PC aufzurüsten. Aber die Benchmarks sind auf jeden Fall in Ordnung. Spiele in 1080p und 60fps stellen meistens kein Problem dar. Bei den ganz neuen grafikaufwändigen Spielen muss man leider schon ab und zu mal mit der Auflösung und den Frames rumspielen um ein flüssiges Bild zu gewährleisten. Leider kam ich nicht auf den Geschmack Spiele oder Filme in 4K auszuprobieren, denn ich habe mich für die Variation des Full HDs Bildschirms entschieden. Klar hätte ich lieber ein 4K, aber die Preise gehen bei einem 15 Zoller schon an die 2000 Euro Marke. Und das konnte ich mir einfach nicht leisten. Es gibt die Bildschirmvariationen matt oder den 4K mit Touchfunktion. Wir reden hier bei beiden Variationen von einem Infinity Edge Display. Das heißt, dass der Trend von dünnen bis rahmenlosen Rändern nicht nur bei Handys ein Thema ist, denn wir haben hier einen halben Zentimeter Rand, was einfach nur cool ausschaut. Außerdem bin ich mit meinem matten Display total zufrieden. Zum einen brauche ich keine Touchfunktion, zum anderen nimmt der 4K Display sehr viel Strom. Und das macht sich bei der Akkulaufzeit bemerkbar, denn laut verschiedenen Foren und Vergleichstests kann der Matte fast um 2 Stunden länger. Im Allgemeinen spielt die Bildschirmauflösung und Bildqualität in der Oberklasse, denn die Farbe und Kontrast sind einfach nur super und das Bild ist ultrascharf. Ich glaube, ich würde nicht viel Unterschied zu 4K sehen. Von der Festplatte bietet Dell auch verschiedene Variationen an. Es gibt ab die 128 GB SSD bis zur 512 GB SSD zur Auswahl. Teilweise auch in Kombi mit einer HDD Festplatte. Ich habe hier die 256 GB SSD Variation, was einfach für mich persönlich zu wenig ist. Jedoch fangen die 512 GB Varianten erst bei einem Preis von 1700 Euro an. In meinem Dell XPS hier habe ich einen Arbeitsspeicher von 8 GB. Aber auch hier kann man bis zu 16 GB konfigurieren. Zusätzlich haben wir hier einen leistungsstarken i7 Quad-Core Prozessor der 7. Generation verbaut. Noch ist das Dell XPS 9570, also die 2018er Serie nicht auf dem Markt. Aber es wird höchstwahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass das XPS ein Upgrade von den Prozessoren bekommt. Sprich von der 7. Generation zur 8. Generation. Außerdem munkelt man, dass auch die Grafikkarte von der GTX 1050 auf die 1060 abgegradet werden soll. Also wer noch ein bisschen Zeit hat und das Top-Modell will, der sollte noch einen Monat warten. Doch kommen wir jetzt zu den Nachteilen. Denn in einem Jahr Benutzung häuft sich schon was in der Mängelliste. Und bitte versteht mich nicht falsch, es gibt kein perfektes Gerät. Ich werde aber versuchen objektiv das Notebook zu kritisieren. Sprich ich werde nur die Sachen aufgreifen, bei denen ich mir denke, dass diese Sachen bei einem Premium Notebook nicht sein sollten. Da wäre zum einen das Material im Tastaturbereich. Denn wir haben hier kein normales Plastik. Ich weiß nicht was für ein Material es ist. Es fühlt sich leicht gummimäßig an. Auf jeden Fall sieht es schon damit hochwertig aus, hat aber einen gravierenden Nachteil. Denn auf diesem Handballenbereich entstehen richtige Fett- und Handabdrücke, die sich nicht so einfach wegwischen lassen. Und das sieht man gleich nach dem ersten Gebrauch. Vor allem im Sommer, wenn man viel schwitzt, sieht man hier sogar Salzablagerungen. Zusätzlich gibt es keine Einsparung in der Mitte des Laptops, damit man ihn gut aufklappen kann. Man braucht immer zwei Hände, um den Laptop zu öffnen zu können. Zusätzlich muss ich sagen, dass das Notebook von den Settings her nicht so ausgeliefert wird, dass man ihn sofort benutzen kann. Wo ich ihn zum ersten Mal ausgepackt und gestartet habe, konnte ich durch die falschen Einstellungen mich nicht mit dem WLAN verbinden und musste mich schon beim ersten Gebrauch damit rumladen. Zusätzlich sind die Treiber von Dell einfach nur eine Katastrophe. Ich hatte einen Soundtreiber, der mir einige Störungen verursacht hat. Bis ich herausgefunden habe, was für ein Treiber daran schuld war und die neue Version des Dell Treibers hochgeladen habe, vergingen Stunden. Außerdem merkt man in manchen Bereichen, dass die Verarbeitung nicht ganz so hochwertig ist. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr zum Beispiel etwas mit dem USB ansteckt und es sich nicht ganz so leicht einführen lässt und es dann immer noch raus steht und irgendwie wackelt. Aber vielleicht bin ich da auch ein bisschen eigen. Auch wie schon oben erwähnt, ist die schlechte Positionierung der Webcam und die schlechte Tonqualität ein Negativkriterium. Ich persönlich nutze eigentlich die Webcam so gut wie nie. Aber für Leute, die im Geschäftlichen unterwegs sind und dadurch viele Videokonferenzen machen müssen, ist diese ziemlich unvorteilhaft. Denn im Netz wird dieser als die Nasenkamera bezeichnet, weil nur die Nasenlöcher aus dieser Position zur Geltung kommen. Auch beim Bootprozess schneidet der Dell XPS nicht allzu gut ab. Aber da kommt noch in der nächsten Zeit ein Video von mir, wo ich einen Vergleichstest machen werde. So, was ist jetzt mein endgültiges Fazit zum Dell XPS 15 Notebook? Auch wenn es schon einige Negativkriterien am Dell Notebook auszusetzen habe, finde ich, dass es mir trotzdem gut gedient hat. Denn ich hatte es so gut wie jeden Tag in Betrieb. Es wurde von mir täglich mitgeschleppt, in die Arbeit und in das Studium benutzt. Und es gab eigentlich so gut wie keine Probleme mit irgendwelchen Programmen oder Anwendungen. Klar, der interne Speicher von 256 GB war in kürzester Zeit aufgebraucht. Und ich hatte Plagen immer täglich speicherfrei zu machen. Sprich, ich kann dringendst empfehlen die 512 GB Variante zu nehmen. Natürlich können bei diesen Problemen auch externe SSD Festplatten Abhilfe verschaffen. Das Arbeiten an diesem Notebook hat mir durch die gute Tastatur und das präzise Touchpad und den super scharfen Bildschirm Spaß gemacht. Auch eines der größten Kriterien, wieso ich ausgerechnet dieses Notebook ausgesucht habe, war auch, dass die Kompaktibilität mit der Leistung einfach übereinstimmte. Denn mir persönlich war es wichtig, einen richtig handlichen und leichten Laptop zu haben, mit dem ich trotzdem so gut wie alles machen kann. Denn die 4 Kilo Gaming Kisten kämen für mich nicht in Frage. Außerdem haben große, leistungsstarke Gaming Notebooks meist eine sehr geringe Akkulaufzeit, die mir ebenfalls sehr wichtig war. Mit diesem Notebook kann ich fast 5 bis ca. 8 Stunden arbeiten, je nach Anwendungen und Akku-Einstellungen. Und das Design beim XPS ist natürlich auch nicht zu verachten. Natürlich liest man auch in verschiedenen Foren, dass Dell mit einem oder anderen Problemen immer noch zu kämpfen hat. Aber im Laufe 2018 soll das XPS Modell 9570 rauskommen. Und natürlich sind jedes Jahr die Modelle überarbeitet. Sprich, es ist zu hoffen, dass einige Mängel behoben werden, um ein noch besseres Premium Laptop auf den Markt zu bringen. Denn ich kann nur abschließend sagen, dass dieses zumindest eine Überlegung wert ist, wenn man auf der Suche nach einem Premium Laptop ist. Doch da war doch noch die eine Frage, bevor ich Schluss mache. Ist der Dell XPS 15 jetzt eigentlich ein MacBook Pro Killer? Und meine Antwort ist nein. Wenn man sich im Vergleich die Specs der beiden Notebooks anschaut, kriegt man beim Dell auf jeden Fall mehr Leistung für das Geld wie bei Apple. Das heißt aber noch lange nicht, dass der Dell besser arbeitet wie ein MacBook Pro. Denn für mich als Video Artist gehören Videoschnittprogramme zum Alltag. Und da ist MacBook Pro zusammen mit Final Cut einfach nur unschlagbar. Doch sobald man sowas wie Adobe Premiere Pro benutzt, hängt sogar der Dell XPS den MacBook Pro in den Renderingzeiten ab. Doch am Ende muss ich sagen, dass die Verarbeitung und die Qualität eines MacBook Pros einfach nur einzigartig ist. Und glaubt mir, ich habe mir wirklich viele Windows Alternativen angeschaut und nichts kam von der Leistung, Kompaktibilität und dem Design an ein MacBook Pro Run. Touchpad, Tastatur sind um einiges besser. Und obwohl der Infinity Display von Dell schon sehr sehr gut ist, habe ich trotzdem vor allem in der Sonne draußen gemerkt, dass der Retina Display vom Mac meines Studienkollegens noch um einiges heller und farbenfroher ist. Wieso ich mich trotzdem für den XPS entschieden habe, ist einfach zum größten Teil der Preis. Denn ein vergleichbarer MacBook Pro hätte mich mit circa ähnlicher Ausstattung um die 2200 Euro gekostet. Das sind fast 600 bis 700 Euro mehr. Weitere Punkte sind die fehlenden Anschlüsse und die Umstellung auf macOS. Vielleicht merkt ihr schon, dass das Nein gar nicht mal so viel Gewichtung hat. Denn am Ende muss man sich selber immer überlegen, ob der Aufpreis von 600 Euro die Vor- und Nachteile abwägen. Obwohl ich auch zugeben muss, dass der Preis von Dell XPS auch nicht grad gering ausfällt. Eine Alternative zum MacBook Pro ist der Dell XPS auf jeden Fall. Aber was ist eure Meinung dazu? Würdet ihr den günstigeren Dell nehmen oder vergöttet ihr einfach nur Apple Geräte? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich hoffe das Video hat euch gefallen und vielleicht hilft es dem einen oder anderen bei seiner Kaufentscheidung. In dem Fall könnt ihr mich mit einem Like oder einem Abo unterstützen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal, euer Technik Salon.